So das war's leider. Ich zieh wieder aus aus dem Zweitatelier. Was brauchen wir noch? Na klar Luftpolsterfolie. Jetzt ist die große Frage. Wie kriegen wir das Riesending in das Auto? Also, wie passt die Riesenrolle, das Riesending in das Auto? Irgendwie ging's. Wir haben es dazwischen geschoben, mitten durch Berlin. Es war wenig Platz für Lenken, wenig Platz für Schalten, aber irgendwie ging's am Ende. Nun ist alles zusammengepackt, die Leinwände verpackt mit der Luftpolsterfolie. Und ich guck ein bisschen traurig, weil ich bin traurig. Aber es geht weiter. Weiter im Homeatelier. Und da ist es bekanntlich verdammt schön. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.